Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, euch zu erzählen, was in der nächsten knappen Stunde auf euch zukommen wird. Und zwar Staffel 2 von Love, Death and Robots, dem widmen sich Lasse und Olli. Da schauen wir mal, ob die zweite Staffel bzw. zweite Ausgabe der ersten ein würdiger Nachfolger ist. Und dann im zweiten Akt haben wir Mo und Stu vor den Mikros und die sprechen über Underground Railroad. Und das läuft seit, stand jetzt knapp einer Woche auf Amazon. Zu guter Letzt haben wir dann auch noch einen Film, der sich unser Europa schimpft. Über den weiß ich gar nichts. Kann aber anhand von Plakat und Beschreibungen grob sagen, dass es sich um eine Reise durch Europa handelt. An fünf verschiedenen Orten. Die Details, die erzählen euch jetzt Theresia und Thorben. Da bleibt mir jetzt dann auch nichts anderes übrig, als euch auf die Reise in die Folge zu schicken. Von unserer Seite noch eine kleine Bitte und zwar als kleine Randnotiz natürlich. Liked unsere Folgen, kommentiert sie, teilt sie, macht damit, was ihr wollt. Schickt sie im Internet herum. Und wenn ihr uns finanziell irgendwie unterstützen wollt, dann schaut doch bitte in die Shownotes. Da gibt es ein paar Links, wie ihr das könnt. Und nun feuerfrei für die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen auch von uns beim Tele-Stammtisch, wo wir alles besprechen, sei es nun natürlich oder synthetisch. Ich bin der Lasse und bei mir ist... Der Olli, hallo. Und gemeinsam wurden wir eingeteilt, ohne dass wir es wollten, die zweite Ausgabe von Netflix's Love, Death and Robots zu besprechen. Verfügbar seit Freitag. Und dem eilte einiges an Hype voraus. Wie standest du zu der ersten Serie von insgesamt 18 animierten Kurzfilmen für Erwachsene? Also erstmal, ich wollte dabei sein, insofern passt das. Und das zweite, ich komme ja selber aus der Animationsbranche, zwar mehr in Richtung 2D, aber gab es ja in der ersten Staffel durchaus auch was zu sehen. Ich fand die genial. Also es gab sehr coole Ideen innerhalb von... Es sind ja immer Kurzfilme innerhalb von diesen kurzen Folgen, dann so ein komplettes glaubwürdiges Worldbuilding zu sehen. Und was dann auch noch manchmal an Story dann noch ganz kurz da drin stattfindet, also mich hat es begeistert, ja. Ja, ich stehe der ersten Staffel, nenne ich es mal, ein bisschen Zwiegespalten gegenüber, weil ich finde, das kam ja relativ irgendwie überraschend auf. Und es gibt auch eine coole Geschichte für, schaut euch da für mal das Video von Behind an, der geht da ein bisschen mehr ins Detail um die Geschichte von Blur Studios und was Tim Miller und David Fincher damit zu tun haben und so weiter. Ist wahnsinnig interessant. Ich mag die Grundidee davon, was es hier gibt, weil sowas kriegt man nicht wirklich oft zu sehen im Mainstream, weil sich so etwas sehr, sehr schlecht fürs Kino vermarkten lässt. Und viele der Ideen waren auch ziemlich cool. Und es gab bestimmte Filme in der ersten Staffel, die ich mochte und welche, die ich nicht so gerne mochte. Mein Grundproblem mit dieser Art von Konzept ist oft, dass wenn ich bestimmte Arten von Gewalt oder Inhalte in Animation sehe, dann kann ich mir nicht helfen, wirkt es irgendwie auf mich immer sehr bemüht und irgendwie kindisch, halt wenn es irgendwie Blut und Nacktheit, ich kann mir nicht helfen. Ich habe da immer irgendwie so dieses nagende Gefühl dabei. Aber vielleicht bin das nur ich. Ja, also was so Nacktheit und Sex angeht, bin ich da auf deiner Schiene. So dieses übertriebene Splatter oder so, das wäre auch nicht mein Fall. Aber kann ich jetzt so im Nachhinein jetzt nicht dazu sagen. Ja, also wie gesagt, das ist halt etwas sehr, sehr Spezielles natürlich. Aber es gab bestimmte Highlights in der ersten Staffel und Sachen, die ich mir aber dann wirklich nur das eine Mal angeguckt habe und dann nie wieder. Aber definitiv eine verdammt coole Idee und war definitiv catchy. Also halt eben etwas, wo dann auch Leute sich gefreut haben auf eine zweite Ausgabe, die dann jetzt noch irgendwann kam. Allerdings nicht mit 18 Folgen, also Folgen, also Kurzfilmen, sondern eben nur acht. Was schon mal halbwegs interessant ist und die meisten sind auch jetzt nicht wirklich länger als diejenigen, die es da gab. Also es gibt hier definitiv welche, die kürzer sind als andere. Aber was mir aufgefallen ist, ist, es gibt definitiv die Art von halt hyperrealistischer Uncanny Valley Animation überwiegt hier im Vergleich zur ersten Staffel, wo es noch sehr viel mehr Abwechslung gab in den Animationsarten. Und das ist kein Vorteil. Ich sage es gerade heraus, diese neue Reihe von Kurzfilmen war für mich eher eine Enttäuschung. Ja, geht vielen so, was man so im Netz an Reaktionen mitbekommen hat. Also kurz zu der Kürze liegt natürlich daran, dass im nächsten Jahr die dritte Staffel schon gleich rauskommt. Deswegen ist es quasi wie eine gesplittete zweite Staffel, fühlt sich das an. Insofern, da sind sie halt, da ist halt schon viel in the making, wenn man so will. Aber es stimmt, wir haben hier fast alle Folgen sind 3D und zwar auch sehr dieses Extrem am Realismus dran. Maximal Abweichung in der Stilisierung. Äh, das stimmt, aber mich hat's abgeholt, ja. Okay, verstehe, weil ich hab ehrlich gesagt, ich hab ein Problem in diese Art von Look reinzufinden. Äh, weil für mich sah das eher aus, für mich wirkte das oft nicht so, als wollten sie da irgendwie Geschichten miterzählen. Für mich wirkte das irgendwie oft eher wie, wie Tech-Demo. Also halt eben, weil ich meine, Blur Studios fing ja an mit halt Videospiel-Trailern und Zwischensequenzen und all dem. Und, äh, so fühlte sich das irgendwie für mich an, wo dann irgendwie nicht wirklich Seele drinsteckt und nicht besonders viel Storys und einfach nur, oh man, ist das nicht geil, wie mega realistisch und deshalb halt extrem creepy unsere künstlichen, menschlichen Gesichter aussehen und so. Und, äh, es gab bestimmte Dinge, wo es besser funktioniert hat für mich. Ähm, so zum Beispiel in, äh, Snow in the Desert. Äh, da, da hat's, da hat's geklappt für mich, weil ich auch das Grundkonzept mochte, aber letztendlich verlief dann die Story im Sande. Hahaha. Ja, ist die vierte Folge übrigens, ja. Jedenfalls in dieser, weil die Reihenfolge ändert sich ja auch halt öfter mal, das ist von Land zu Land unterschiedlich und manchmal kann sich das auch innerhalb des Landes verändern, ja, aber für mich war es auch Folge vier. Ähm, ja, äh, und wir, wir werden jetzt nicht jeden unbedingt jetzt hier, äh, von Grund auf besprechen, sondern halt hier und da ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, was, was war dann so für dich so einige der Highlights? Ich hab erstmal nur so in die Staffel reingeklickt, hab die dritte Folge Popsquad erwischt, Jäger und Gejagte, und das war für mich auch die stärkste, ähm, auch wenn viele die kritisieren, aber ich fand die einfach, die war sehr marginal in der Erzählung, äh, hat aber wirklich ein Fass aufgemacht. Und ja, alle anderen Folgen, das, das, es hatte Höhen und Tiefen, also es gibt nur eine, die wirklich, ähm, deutlich extremer in Richtung 2D geht, hat aber eben auch 3D-Elemente, dann haben wir eine, die auch, ähm, also so ein bisschen diese extreme Anmutung von Stop Motion hat, obwohl es meines Erachtens 3D ist, aber es gibt ja so Tricks, wenn man dann hier und da Frames auslässt oder, oder, äh, solche Geschichten, dann hast du halt diese, äh, äh, eckigen Bewegung, äh, Bewegungsabläufe. Äh, ansonsten, es ist sehr durchmischt und ich fand eigentlich, die meisten Storys haben mich gekriegt und auch eigentlich das Drumherum, also ab und zu war es auch wirklich das Worldbuilding, was, was ich dann einfach nur interessant fand, weil ich mein, man hat ja eine gewisse Ökonomie, die man da, ähm, ähm, betreiben muss, um, um das in 12 bis, äh, 23 Minuten, ich, ich glaub, der längste war so lang, äh, da unterzukriegen. Und insofern, das war schon cool. Durchaus, äh, Worldbuilding ist vorhanden, nur eben halt, äh, mein, mein größtes Problem mit Jäger und Gejagte, ich hab auch gesehen, da viele regen sich da auf über halt, äh, den, den, den Inhalt, äh, mir, mir geht's ja nicht unbedingt so um das, was da passiert. Hm. Ich hab ein ganz anderes Problem mit dem Ding, und zwar, wenn ich noch einmal einen Film mit Blade Runner Ästhetik sehen muss, dann hau ich irgendwas kaputt. Ich kann's nicht mehr sehen, es ist so unoriginell. Weil, halt wirklich, das ist, du hast hier so viele Dinge, wie gesagt, übelst dick Blade Runner, Äquilibrium-Elemente hast du hier. Und noch dazu, komischerweise, der Hauptcharakter sieht aus, wie ich mir Hauptmann Mumm vorstelle von der Scheibenwelt, von der Nachbarre. Also, ist, aber wie gesagt, das ist vielleicht dann eine persönliche Assoziation. Aber ja, ich kann's, ich kann diese Ästhetik nicht mehr sehen. Und so, so cool es auch aussieht. Hier sehen die, äh, Menschen, die seien es nicht unbedingt mega creepy aus, ähm, und es sieht sehr, und es ist, äh, hübsch animiert durchaus. Aber ich, ich, ich hab's so satt, diese, diese Art von Ästhetik, diese Art von Welt. Ich kann's nicht mehr sehen. Aber das ist ein persönliches Problem. Ja. Ähm, abseits davon, ja, weil, äh, für mich einer meiner Favoriten eben auch durch den Look und weil die Idee gut fand, halt Bescherung. Und ich glaube sogar, dass es tatsächlich Stop-Motion war. Oder wenn, dann war es wirklich sehr, sehr gut verstecktes CGI. Ja, aber es sieht aus wie Stop-Motion. Und ich bin ein Sucker dafür. Ja. Mich holt, mich holt sowas immer ab. Und, äh, die, die Grundidee ist gut und, und creepy. Also, das war halt einer von denen, wo es dann halt auch wirklich gruselig war. Ja. Ich mag halt auch sowas mit, mit Weihnachten und Horror. Also, es hat mich halt an Krampus erinnert. Das Problem bei dem, oder das ist das Problem mit vielen von diesen Kurzfilmen, die haben kein richtiges Ende, sondern die fizzeln einfach irgendwie raus und, und, und stoppen. Und du hast nicht wirklich das Gefühl, das ist jetzt so eine definitive Conclusion in irgendeiner Form. Mit der Ausnahme vom, vom, vom ersten automatisierter Kundenservice, wo es halt definitiv, okay, das ist ein definitives Ende da. Aber ansonsten ist das irgendwie nur so, entweder es fizzelt out oder es stoppt. Einfach nur. Was ich sehr merkwürdig finde. Ja, es, es ist so dieses, ähm, es wird eine Welt etabliert und die steht dann so. Also, ich fände es manchmal nicht so gut, wenn man so einen komplett geschlossenen Bogen hat. Sondern, äh, das ist eine Welt und wir haben jetzt einfach nur ein paar neue Regeln kennengelernt und die stehen so. Äh, so funktioniert das manchmal. Gerade hier The Tall Grass, also im hohen Gras und so. Da gibt's keine Lösung, sondern das ist einfach was, was nebenbei immer schon stattgefunden hat und nebenbei, äh, stattfindet. Und, ja, man hat einfach nur eine Facette mehr kennengelernt. Und damit spielen meine, meines Erachtens viele dieser Kurzfilme. Da, da hat es für mich funktioniert, äh, im hohen Gras durchaus. Ich mochte das einfach nur als diese random, creepy Episode. Es hatte so ein bisschen was von Twilight Zone fast. Und, äh, und, äh, das, das mochte ich gern. Was ich dann nicht mochte, war, am Schluss hast du halt wirklich so einen Erklärbär-Moment quasi, wo du dann, wo du dann denkst, muss das jetzt wirklich sein? Oder, aber trotzdem ist es ein starkes, äh, ein gruseliges Ding. Also, das zählt halt definitiv auch auf Horror ab und ist, und ist wirkungsvoll in der Isolation und all dem. Und ich mochte auch den Animationsstil sehr gerne. Ja. Auch da haben wir wieder was, ähm, erstmal rein von, von den Texturen her ist es so ein bisschen pastellmäßig auch. Also, du, du hast, ähm, andere Schraffierungen drin in der, äh, Oberfläche. Also, wirkt, wirkt sehr, sehr schön wie so ein Artwork eigentlich, äh, die Figuren und, und die Hintergründe. Aber auch hier haben sie dann vereinzelte Frames rausgenommen, sodass man so einen leichten Stop-Motion-Effekt nur in den Bewegungen drin hat. Also, nicht vom Look her und so, das ist gar nicht so gemeint. Aber so, es, es wirkt dadurch etwas archaischer und damit eigentlich auch authentisch auf eine Art, ja. Ja, ja, es, es, es ähnelt der Animation in, äh, Spider-Verse oder Mitchells vs. the Machines so ganz leicht. Richtig, richtig. Und, äh, das, das, das mochte ich sehr gerne, äh, daran. Ähm, bei, bei Snow in the Desert, ähm, was auch ein sehr, sehr cleverer Titel ist, der halt im Deutschen nicht ganz so gut funktioniert. Leider nicht, ja. Äh, aber was soll's, ähm, da mochte ich halt die, weil ich, ich bin auch so ein bisschen Sucker von dieser Art von, Geschichte, die so anfängt. Es ist ein Mega-Klischee, aber irgendwie mag ich's, ich kann mir nicht helfen. Aber letztendlich wirkt es dann auch am Schluss eher so wie so ein Videospiel-Trailer, wo dann halt irgendwie, das ist jetzt das Setup. Und, äh, das Spiel kommt in, pff, acht Monaten raus. Naja, egal. Also, es, äh, trotzdem gibt's da ein paar, ähm, coole, coole stimmungsvolle Sachen. Und eben auch die Etablierung, wie diese Welt funktioniert, das, das erkennst du ohne viele Worte. Das ist schon ganz hübsch erzählt, trotz allem. Und genauso auch bei Ice. Ich mochte, wie dort die Welt etabliert wird auf so relativ natürliche Art und Weise. Ja, gut, der war jetzt speziell für mich einer der Schwächsten, aber ist auch ein bisschen der Look gewesen. War zwar mutig, aber, ja, er war schon speziell. Auch die Animation, das war eher so ein Phasing als eine richtige Animation, was ich schade fand, weil das so ein bisschen schlecht war, ja. Ja, von Animationen, dem Charakterdesign war ich auch nicht der Fan. Es hat mich ein bisschen erinnert an, äh, das, das Design von der, von der, äh, Band Gorillas. Ja. So leicht. Also auch, auch das, das Tank Girl, das, das war auch einer der, da war ja auch an Tank Girl beteiligt an dem Comic. Also, das, das hatte so leichte Anleihen davon. Und ich weiß nicht, inwiefern sich das überschneidet, aber auf jeden Fall hat mich das daran erinnert. Äh, vom, vom Look her das Schlimmste, fand ich, war definitiv automatisierter Kutten. Also, diese, diese Charakterdesigns sind das pure Albtraumfutter. Ich fand's genial, weil wir haben, äh, rein von der Optik extrem gutes 3D, aber man geht in die Stilisierung. Und das waren wirklich, das waren quasi nur Kopfmenschen so ungefähr. Also, sie waren sehr, sehr kopflastig, ohne Hals und so. Also, fand, fand ich schon, war interessant. Also, ich fand's okay. Ich fand's, ich fand's halt ziemlich schrecklich vom Look her. Also, wo ich, äh, nee, gar nicht. Und weil, weil die, die Welt selber ist halt im Prinzip halt, weiß nicht, WALL-E, hat mich an WALL-E erinnert. Ja, ja. Ähm, aber da auch eine große Schwäche, weil die, die Prämisse, äh, irgendwie, äh, Hilfsroboter goes crazy, das hast du hier in zwei Episoden. Nämlich auch in, in Rettungskapsel, der, der für mich, glaub ich, das, das, das müsste, das schwächste für mich gewesen sein, weil das einfach nichts, nicht im Geringsten irgendetwas Neues ist. Die Art und Weise, wie er erzählt ist, ist verwirrend mit den ganzen Sprüngen hin und her. Und vor allem, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die geschummelt haben. Ja, definitiv. Es gibt ein paar Szenen, weil soweit sind wir noch nicht. Wir haben immer noch das Ancanny Valley. Es gibt ein paar Szenen, da sieht man's, so an den Augen oder so. Aber es gibt auch Szenen, da weißt du ganz genau, das ist echt abgefilmt. Das ist nicht, also, da lass ich mich nicht überzeugen. Soweit bin ich da schon drin. Ja, du kannst das nicht mit dem Licht machen, mit der Physik, es ist zu perfekt. Du, du, das, das ist definitiv echt. Und, ähm, also, das, und ich meine, das im ersten Teil hattest du, ähm, in der ersten Staffel hattest du auch schon den, den Film, den Tim Miller selber gemacht hat mit, äh, Mary Elizabeth Winstead und Topher Grace, äh, wo es ja, wo sie ja echt sind und dann ist das Animierte in dem Kühlschrank. Und das hat mir aber gefallen, weil sie es da ja sofort etablieren. Aber wo hier, wo sie es im Prinzip irgendwie zu verstecken versuchen, das fand ich so ein bisschen, äh, und halt, der Film selber ist auch schwach. Es ist absolut nichts Neues und es verläuft auch, es geht nirgendwo hin. Auch die Rückblenden haben dann letztlich nichts gebracht, weil es ein anderer Erzählfluss ist, äh, hätte man es normal gezeigt. In der normalen Abfolge wäre es noch langweiliger geworden wahrscheinlich. Also, ja, ist für mich auch die zweitschlechteste, genau. Äh, was, was, was hast du sonst noch zu sagen? Gibt's noch irgendetwas groß zu loben oder groß zu meckern? Eigentlich haben wir jetzt so ziemlich jede Folge angesprochen, bis aus, bis auf, äh, die, bei mir letzte, das war Drowned Giant. Ja, bei mir auch. Der Ertrunkener Riese, war auch von der Machart natürlich interessant, hat aber eigentlich nicht so viel zu erzählen gehabt. Das war eher ein bisschen künstlerischer angehaucht, so. Wir haben so einen Offsprecher, der dann das so ein bisschen begleitet, äh, war trotzdem ein interessanter Ansatz und auch nett anzusehen. Aber ansonsten haben wir alles angesprochen, ja? Ja, interessanter Ansatz, ja. Äh, Optik, äh, schön, also sah, sah hübsch aus. Ich, ich hab, ich war so genervt von dem Ding, weil das, das, was diese Off-Stimme da rumblubbert, da, da würde selbst jeder Hipster-Poet, der bei Starbucks in seinen Laptop hämmert, vor Scham erröten. Mhm. Oh, das war vielleicht grauenvoll, diese, was der da labert mit, wie, wie, was, was der Riese symbolisiert und halt dann überleben und sterben und bla, 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 also es, oh, es war wirklich halt, ich wünschte, das wäre ohne groß viel Dialog, also ich, ich wünschte halt, da wäre einfach gar nichts gewesen, sondern halt wirklich einfach nur wer, weil die, die Visuals haben für sich gesprochen, man hätte das wundervoll ohne jede Stimme erzählen können. Weiß ich nicht, es hätte, es wäre anders gewesen, also es ist schon wichtig, dass er drüber reflektiert und zumindest seine Version des Ganzen darlegt, weil die Bilder ja manchmal eine ganz andere Sprache gesprochen haben, so. Also, 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 fand ich schon interessant und, äh, im Grunde genommen hat er dem nachher so ein bisschen hinterher getrauert, aber ich weiß natürlich, was du meinst, also, ist auch einer von denen, der mir dann etwas weiter runterrangierte, ja. Ja, 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 absolut, ah, es ist, es ist, es ist schade. Ja, gut, ähm, sonst, äh, wenigstens da der, der Score von Tom Holkenburg war ganz schön, ansonsten war ich sehr enttäuscht von der Musik, größtenteils halt, äh, Rob Cairns, wenn man den so ausspricht, ähm, macht hier wieder die meisten der, der, der Episodenmusik und, äh, da gab's nicht so, so coole Highlights, wie zum Beispiel in der ersten Staffel in Suits, wo er wirklich einen richtig coolen Stilmix macht, also, da hier gab's ein, war die Musik ein bisschen blasser, allgemein, leider, aber, äh, immerhin, äh, gab's bei halt, Tom Holkenburg, da hat er ein schönes kleines Stück gemacht in der Riesen-Folge. Ja, aber dann sieht man ja, dass die insgesamt eigentlich sehr underwhelming war, ne, diese Staffel, weil du hast halt wirklich fast nur einen Stil, dieses hochgradige 3D und auch musiktechnisch hast du jetzt nichts, was rausgerissen hat, also ist das ja dann durchaus schon der Tenor, der auch jetzt so im Netz aufgetreten ist, ne? Ja, ja, es gibt definitiv Leute, die begeistert sind, aber es gibt auch, es gibt auch Leute, die halt wirklich auch gesagt haben, wetzakt und so, sehr viel mehr international, äh, in, 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 deutsch, äh, im deutschsprachigen Raum hab ich gesehen, sehr viel positiver gestimmt allgemein, ähm, aber ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Ja, wollen wir zu einer Art von Fazit kommen, küren wir dann noch unsere jeweilige Lieblingsepisode und dann die, die Hass-Episode sozusagen? Ja, Hass, Hass jetzt nicht, aber, ja, klar. Nein, nein, genau, ja, aber die Lieblingsepisode. Gut, dann fang noch du mal an. Was war dein Favorit, was war dein, äh, Nicht-Favorit? Ja, hab ich ja schon anklingen lassen, also Popsquad, äh, Jäger und Gejagte war für mich eigentlich, äh, sehr, sehr stimmig, auch jetzt von der, äh, Inszenierung her oder auch, was da dann letztlich erzählt wurde, wie wenig erklärt wurde und man ist eigentlich aus, aus Szenen und Bildern dann so nach und nach, äh, hat sich das aufgetan. Auch die Story an sich, äh, fand ich genial. Und das, was halt für mich am schwächsten war, war halt Eis. Also jetzt nicht nur aufgrund der Visualisierung, sondern was da nicht erzählt wurde, wenn man so will. Aber Hass-Episode nicht. Und so rangiert es bei mir von vier bis zwei Punkten, so. Das sind so meine, das ist so die Range, in der das stattfindet. Ah, alles klar. Ja, bei mir fällt's sehr viel schwerer, weil ich mochte die meisten nicht wirklich. Das ist halt das Ding. Bei Best-, bei Lieblings-Episode, äh, schwanke ich zwischen, ähm, im hohen Gras und Bescherung, glaub ich. Ja. Da würd ich so beide so um die, bei so 3,5 einstufen wahrscheinlich. Also auch nicht halt, äh, hochtrabendes Lob. Dann wenigstens so wegen der, wegen der Grundprämisse, wegen der Welt, äh, was halt ganz nett war, was sie da etablieren, halt Snow in the Desert, fand ich nett. Ja. Aber definitiv die, die allerschwächsten waren für mich, ähm, Rettungskapsel, automatisierter Kundenservice und dann würd ich sagen auch Eis. Und da waren bestimmte Sachen halt dann eher egal. Hm. Ja. Okay. Dann darf ich dich nochmal ganz kurz fragen. Am Anfang, wir haben ja immer die gleiche, äh, Animation bei Love, Death and Robots, diese drei Icons, die erstmal den Titel repräsentieren. Aber davor sehen wir ja immer unten am Bildschirmrand so drei Punkte. Weißt du, was das ist? Nee. Wir haben in der Mitte einen runden Punkt und rechts und links einen Ovalen. Das ist die, die ECMI-Lochung, die Animateure eigentlich kennen. Also, äh, da gibt's so eine Packbar, da tut man dann Blätter Papier, die so gelocht, äh, hat, die kann man dann da eindeutig drauf, drauf, äh, aufsetzen und dann verrutschen die nicht mehr. Das ist also ein Hint darauf, dass es sich nur um Animationen handelt. Das ist cool. Ja. Bisschen Klugscheißen am Schluss. Ah, nee, aber das ist cool. Halt wieder was, wieder was gelernt. Ja, halt ironisch, weil hier nichts wirklich gezeichnet ist. Ja. Ja. Aber wir können's nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber ja. Und wie gesagt, halt, ab und zu schummeln sie. Es gibt ja definitiv ein bisschen was von Live-Action und das eine sah definitiv aus wie Stop-Motion. Sehr, sehr gute Stop-Motion. Ja, also, da schwank ich. Also, die Effekte, die waren garantiert nicht Stop-Motion, weil das kriegt man nicht hin, so, wenn so Wasser fließt und so. Aber, ja, also, ich müsste mal rein, mich reinbuddeln, weil das ist schon interessant, weil dann haben wir in dem Bereich halt schon wirklich sehr überzeugendes Stop-Motion mittlerweile, dass man das schon gar nicht mehr so festmachen kann. Da geht's nämlich auch um einen lustigen Fun-Fact und zwar zu Cops Bride. Tim Burton hatte da ja mit Mike Johnson Cops Bride inszeniert. Ja. Und da haben dann viele Leute gedacht, das wäre einfach 3D-Animation, weil's doch relativ flüssig war. Also, es war irgendwie zu perfekt. Und dann hat Tim Burton das gehört und extra gesagt bei seinem nächsten Stop-Motion-Film, Frankenweenie, mach das grober, damit man sieht, dass es noch Stop-Motion ist. Ja, gut, also, ein paar Sachen waren halt 3D da drin, aber das am Rande. Aber es stimmt. Also, da sind die wirklich schon extrem gut geworden. Ja. Ja, ja, genau. Es war einfach ein bisschen zu fließend. Also, da haben sich viele Leute veralbern lassen. Und da hat er gesagt, nee, nee, ich möchte, dass es Stop-Motion ist. Ich möchte, dass da diese Imperfektionen sind. Weil es gibt da zum Beispiel bei den Jungen, hab ich das gemerkt, wo sich da die einzelnen Herrchen so unmotiviert bewegen. Ja, oder auch der, genau, der Kragen vom Pullover, weil die Kleidung ist ja immer echter Stoff. Aber das kannst du auch mit dem Computer dann, aber ich meine, ist mehr Aufwand. Aber, also, ich kann natürlich sein, dass es unterstützend ist, dass da auch vieles Computer war. Also, das kann natürlich sein. Aber ansonsten sehr überzeugend, ja. Eben, das ist garantiert super schwer, das irgendwie nachzumachen, diesen Imperfektionseffekt, ja, sozusagen. Aber, und es gibt ja auch dieses kleine Easter Egg, wo dann die, oder Weihnachtsegg in dem Fall, wo ja so ein Stop-Motion-Kurzfilm oder was weiß ich, so ein Stop-Motion-Special auf dem Fernseher läuft, halt so im Stil von Rankin-Bass. Ja. Und, also, da gibt's, da gibt's ein paar schöne Sachen. Und ich schätze mal, wenn man die alle nochmal sehen würde, dann findet man da vielleicht so einige Links zwischen den Dingern oder halt andere coole Easter Eggs, die nur dort, wie gesagt, ich meine, eins entdeckt zu haben bei dem einen Charakter-Modell. Ja. Kann ja durchaus sein, dass das die gleiche Welt dann sein soll oder so. Ja, richtig. Oder dass das die Schnittmenge ist, ja. Das, das könnte gut sein, ja. Deshalb, also, wie gesagt, gibt, gibt hier und da diese coolen Dinger. Ja. Äh, ansonsten, ja, Gesamtfazit zu dieser Staffel. Wie sähe das aus? Ja, ich bin wahrscheinlich deutlich positiver als sonst, äh, alle anderen im Netz, aber ich seh's eben auch als, äh, Animation aus, aus Sicht eines Animators. Ich fand's sehr gut, sehr unterhaltsam. Äh, klar gibt's Enttäuschungen, aber im Grunde genommen, guckt es euch an. Also, es lohnt sich trotzdem. Ich bin da halt leider sehr gemischt. Es gab halt keinen, der mir rundum gefallen hat. Also, wo's immer so, so kleinere Sachen gab, wo ich dachte, äh, sei's jetzt dann irgendwie das Ende oder halt bestimmt andere Bestandteile von irgendwelchen Folgen. Wo's halt in der ersten Staffel definitiv halt Dinge waren, die ich auch mehrfach geguckt habe und gedacht hab, nö, das ist, das ist wirklich gut. Wie gesagt, ich unterstütze die Idee. Ich finde das toll, dass Netflix ihnen die Gelegenheit bietet, hier dann eben diese Art von Animation zur Schau zu stellen und zu sagen, hey, das hier ist, das hier ist auch möglich. Es müssen nicht nur niedliche, singende Tiere sein, bla bla bla, obwohl's ja auch sehr viel mehr Abwechslung gibt als dem Medium, das viele zugestehen wollen. Äh, Animation kann so viele Genres sein. Und hier werden definitiv einige wieder bedient. Aber letztendlich konnte mich keins wirklich begeistern und ich finde, es ist ein definitiver Abfall im Vergleich zur ersten Reihe. Und ich hoffe, dass da vielleicht noch ein paar, äh, coole Highlights kommen. Vielleicht haben die sich jetzt tatsächlich das aufgehoben, so für diese Splittung. Ähm, aber ja, ich war dann doch tatsächlich sehr ernüchtert und das fand ich schade. Ja, okay. Na dann, das war dann unsere kleine bescheidene Meinung zur zweiten Staffel Love, Death and Robots. Wahrscheinlich habt ihr sie selbst schon ausgecheckt, aber falls nicht, wir haben hier nicht allzu viel gespoilert und können natürlich sagen, das stiehlt nicht wirklich viel von eurer Zeit. Wenn ihr neugierig seid und die erste Staffel mochtet, schaut rein, mal sehen, in welches Lager ihr dann fallt, meinungstechnisch. Ansonsten bedanken wir uns sehr fürs Zuhören, verabschieden wir uns, sagen Tschüss bis zum nächsten Mal, vom Lasse und vom Olli. Tschau. Tschüss. Hallo Mo. Äh, hallo Stu. Was machst du denn hier? Du, ich bin hier, weil ich dich interviewt soll und ich wollte eigentlich einen total witzigen und erfrischenden Cold Opener für diese Besprechung jetzt hier eigentlich aufsagen. Mir ist aber nichts eingefallen. Das macht überhaupt nichts, weil so richtig witzig ist das hier nicht, was wir jetzt hier machen müssen. Ja, aber weißt du, Underground Railroad, da hätte man ja irgendwie so einen Zugwitz machen können, wegen wo ist hier Ticket, sie sitzen erste Klasse, hier ist doch der Tele-Stammtisch oder ist ja gut gewesen, na egal. Jetzt ist es zu spät. Hallo da draußen auch an euch. Ich bin der Stu, wie gesagt, und Mo ist an meiner Seite und ich muss euch ein Geschäftes machen. Ich habe diese Serie, um die es heute geht, nämlich für Underground Railroad, nicht gesehen. Ich weiß, sie ist seit 14. Mai bei Amazon Prime verfügbar. Ich weiß, dass der kreative Kopf hinter der Serie Barry Jenkins ist, seines Zeichens Oscar-Premierter Regisseur von Moonlight oder Beale Street. Und ich weiß, lieber Mo, dass du die Serie geguckt hast, aber auch nur die ersten fünf Folgen. Stimmt das? Genau, und ich könnte jetzt sowas sagen, wie wir hatten die ersten fünf Folgen vorab und deswegen habe ich nicht mehr geguckt, aber ich fange meine Besprechung direkt mit der knallharten Wahrheit an, Freunde. Ich habe für mich nach fünf Folgen abgebrochen. Ganz einfach, das Ding ist echt hart, das ist harter Tobak und ich konnte einfach nicht mehr sehen. Okay, das ist ein interessanter Teaser für das, was gleich folgt. Wir müssen aber eben kurz zur Werbung schneiden. Und Werbung heißt in diesem Falle Inhaltsangabe, denn ich persönlich weiß zwar, worum es in der Underground Railroad geht, aber unsere Zuhörer vielleicht nicht. Deswegen Mo, erklär uns mal in aller Kürze, was erwartet einen inhaltstechnisch, wenn man bei Amazon Prime auf Underground Railroad klickt? Also Underground Railroad ist die Verfilmung, die serische Verfilmung des Buches von Colston Whitehurst, für die er damals den Pulitzer-Preis bekommen hat. Das heißt, es ist schon eine sehr, sehr ernste Angelegenheit, weil den Pulitzer-Preis kriegst du nicht für leichte Comedy. Damit fängt es mal an. Und einmal kurz erklärerisch, Underground Railroad, so nannte man damals einen Zusammenhang von Sklavenhelfern. Im Grunde ein Untergrundnetzwerk aus Safe Houses und Plantage, wo man sich verstecken konnte, Leute, die einem geholfen haben etc. Und das quer verstreut durch Amerika, das nannte sich Underground Railroad. Und was der Colston Whitehurst gemacht hat, der hat eine echte Railroad daraus genommen. Der nimmt also diese historisch belegten Daten und verwandelt das in eine tatsächliche unter der Erde laufende Bahn, die Sklaven dabei helfen kann, die Freiheit zu erlangen. Das ist so die Prämisse der Geschichte und wir folgen hier zwei Charakteren, nämlich einmal Cora und Caesar. Wir lernen beide in der ersten Folge kennen. Cora ist die Tochter der einzigen Frau, die jemals der Sklaverei entkommen ist von dieser Plantage. Das heißt, ihre Mutter hat sie als ganz kleines Mädchen einfach zurückgelassen und ist von der Plantage geflohen und hatte dadurch so einen gewissen Kultstatus. Das ist die Einzige, die es geschafft hat und Cora ist zurückgeblieben und hatte auch eigentlich jahrelang nie das Gefühl, sie müsste hier weg. Dann kommt aber neu Caesar auf diese Plantage. Die beiden vergucken sich so ein bisschen ineinander, aber trotzdem auf sehr, sehr viel Abstand. Caesar ist jetzt, für ihn ist relativ schnell klar, dass er Cora bei sich haben will und dass er in Cora mehr sieht als nur jemand, der auf derselben Plantage leidet wie er. Und Caesar überredet Cora schließlich mit ihm von dieser Plantage zu fliehen. Er sieht sie so ein bisschen als Glücksbringer, weil ihre Mutter halt Mabel vor Jahren die einzige Sklavin ist, der das schon mal gelungen ist. Und so erzählt er von dieser Underground Railroad und es kommt zu einer ganz, ganz schlimmen Szene auf dieser Plantage, die für Cora dann der Auslöser ist, wirklich mit ihm diese Flucht zu starten. Und die Idee der Serie ist dann eben, dass wir in zehn Kapiteln erleben, was sehen sie und wo landen sie? Das ist jetzt nicht so, dass sie die Plantage verlassen und dann sind sie sofort safe irgendwie, sondern sie werden tatsächlich quasi durchs Land gereicht. Von safe house zu safe house verweilen hier dort ein bisschen, verweilen da ein bisschen, mal offener, mal ein bisschen versteckter. Und im Grunde ist das dann, wir sehen ein Kaleidoskop von Möglichkeiten. Wir sehen Leute, sie sind einfach nett. Wir sehen Leute, die wirken nett und sind es nicht. Wir sehen aber eben auch den Sklavenjäger, dem noch nie eine Sklavin außer eben Mabel entkommen ist, wie er auf der Jagd nach Caesar und Cora ist, weil das für ihn einfach ganz klar ist, dass eine Schmach wie damals darf es nicht nochmal geben. Und wir sehen halt eben auch ein, zwei Folgen aus seiner Sicht der Dinge. Und es gibt im Amerikanischen das Wort bleak, das beschreibt etwas, was wirklich unschön ist anzusehen. Und dieses Gefühl hatte ich sofort in Folge eins, denn diese Szene, bei der Cora dann für sich feststellt, ich muss hier weg, ist tatsächlich die Art, wie ein Sklave, der geflohen ist und wieder gefangen wurde, gequält wird. Und ich kann euch echt sagen, einen Sklavenfilm haben wir wirklich gemeinsam wahrscheinlich allerhand gesehen. Angefangen damals mit Roots, was ich sehr, sehr gut gefunden habe, aber auch sowas wie das Amistad oder 12 Years a Slave etc. Wir wissen alle, wie das abläuft, wenn die Weißen durchdrehen und ihre Sklaven prügeln. Aber das, was da gezeigt wird, Freunde, ist also richtig harter, harter Tobak. Okay, also ich wollte eigentlich eine Frage stellen, die du dir jetzt selbst schon beantwortet hast, weil ich mich sicher war, hast du jetzt noch fünf Folgen abgebrochen, weil du es so scheiße fandest? Oder weil es dir einfach zu heftig war? Jetzt hast du es abgebrochen, weil es dir zu heftig war. Findest du, dass es einfach für dich persönlich einfach eine Grenze überschritten hat? Oder sagst du, das überschreitet allgemein eine Grenze, was da gezeigt wird? Also ich setze, ich setze das einfach bei mir an. Ich selber habe für mich gesehen, ich kann das nicht mehr sehen. Und es kann auch wirklich sein, dass ich vielleicht die fünf schlimmsten Folgen gesehen habe und danach wird es einfacher. Das mag sein, ich weiß es nicht. Ich finde das Thema super spannend und ich habe auch die Idee, die Colson Whitehead hier hatte, fand ich so interessant, dass ich mir das Buch gekauft habe und das werde ich auf jeden Fall auch lesen. Und die Schauspieler machen hier alle einen tollen Job, allen voran Tuso im Dudo als Chora. Die kannte ich nicht, die ist in Südafrika, ist die bereits bekannt, ist sowas wie ein Star, kann man sogar fast sagen. Und auch Aaron Peer als Caesar, die machen einen tollen Job und die Leute, Joel Edgerton als Sklavenfänger Ridgway ist wirklich gruselig gut. Wirklich gruselig gut und gefolgt von seinem Compañero und sein wichtigster Gehilfe auf der Sklavenjagd ist ein zehnjähriger schwarzer Junge namens Huma. Und der wird gespielt von Chase Weedillon und dieser Typ, der Kleine, ist elf Jahre alt und in jeder Szene, in der du ihn siehst, da nagelt er alle anderen an die Wand. Das ist wirklich der Hammer. Also von der ganzen Machart und du siehst auch, hier ist Geld reingegangen, weil Barry Jenkins, seit er den Oscar hat, der kann wahrscheinlich machen, was er will. Müssen wir mal ehrlich sein. Und ein Vorzeigeprojekt wie das, Pulitzer-Preis eines schwarzen Schriftstellers, verfilmt von Barry Jenkins, einer der wenigen schwarzen Regisseure, die einen Oscar da haben, für einen Film, der mehrere Tabus gleich gebrochen hat. Das Ding ist saugut produziert und gedreht. Es ist für mich einfach nur an den Stellen, an denen es brutal ist, ist das echt so. Oh, die Folgen gehen über eine Stunde lang und die lassen dich danach nicht mehr los. Das ist so eine von der Serien und du kennst mich. Ich bin ein Freund davon, mehr zu sehen am Stück. Ich binge gerne. Ich finde das super. Ich möchte da selbstbestimmt sein. Aber bei dieser Serie kann ich jedem echt nur raten, wenn ihr das gucken wollt, dann gebt euch eine die Woche und nicht mehr. Weil jede Folge für sich, diese fünf Folgen sind unterschiedlicher, können die gar nicht sein. Das ist wirklich faszinierend, wie das gedreht wurde. Aber es hat für mich den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, das Leiden dieser Leute und auch die Gehässigkeiten derer, die ihnen vermeintlich helfen sollen, das ging mir einfach zu nah. Vielleicht bin ich dafür zu weich mittlerweile. Aber an und für sich ist es vielleicht die richtige Handhabe, so mit diesem Thema umzugehen. Also die Gewalt auch wirklich, sag ich mal, zu zeigen und nach all dem, was du erzählt hast, ich habe es ja nicht gesehen, klingt das für mich nicht danach, als ob diese Serie die Gewalt zelebriert, sondern dass sie sie einfach mir aufzeigt, so pass auf, das ist Gewalt. Da ist nichts Schönes dran, das ist unangenehm, das ist hässlich, das ist reudig. Ja, und ich erinnere mich auch, dass auch in Roots und in Twelve Years a Slave, da hast du einfach die brutale Realität der Sklaverei im 19. Jahrhundert gesehen. Aber hier kommt ja noch dieses Element dazu, dass du im Grunde mit der Grundprämisse reingehst, sie sind ja jetzt auf dem Weg. Sie sind ja weg von dieser furchtbaren, furchtbaren Plantage. Es muss ja jetzt besser werden und es ist halt nicht das, was du bekommst in den ersten fünf Folgen. Vor allem der harte Cut zwischen Folge 1 und Folge 2, der wird sicherlich einige Leute verwirren. Bei mir ist das auf jeden Fall genauso gekommen, denn wir sehen in Folge 1, wie Caesar und Cora von der Plantage fliehen und wir sehen auch das erste Mal tatsächlich die Underground Railroad. Sehr gut gemacht, war wirklich toll und in Folge 2 sehen wir Caesar und Cora in einer ganz anderen Stadt, offen, am Tageslicht, in Kleider, auf der Straße. Sie werden begrüßt, sie werden gesehen, sie sind also offensichtlich irgendwie in irgendeiner Art von Sicherheit und es braucht ungefähr die halbe Folge, um zu verstehen, was sehe ich denn da? Dass das ein Zeitsprung ist, dass wir plötzlich ganz woanders sind, das wirkt plötzlich wie eine andere Realität und die Folge 2 finde ich also sehr, also war wirklich gut. Die war nicht brutal böse gemein, sondern die war perfide gemein und auch das hat mich lange nicht losgelassen. Aber die ist tatsächlich in einigen Teilen dadurch, dass sie eben ganz normal ein Leben haben, einer Arbeit nachgehen. Und diese Arbeit alleine ist, zumindest was Cora angeht, schon sehr perfide und fraglich. Sie ist nämlich Darstellerin in einer Art Museum und in diesem Museum wird gezeigt, wie die nicht befreiten Sklaven auf den Plantagen leiden. Sie sitzt also quasi in einem Glaskasten und spielt eine Baumwollpflückerin für acht Stunden am Tag. Und wenn sie dir das auf der Zunge zergehen lässt, dass also quasi das Erste, was sie erreicht hat nach der Flucht von einer Plantage, das Darstellen des Lebens der Plantage ist, das ist doch echt krank. Das ist kranker Scheiß, ja, aber wirklich gut geredet. Die zweite Folge ist wirklich ein Hochgenuss. Und was so, wie gesagt, am Ende der dritten Folge, der ersten Folge passiert und was ab der Folge drei dann noch so passiert, weiterhin auf dieser Fluchtlinie. Es ist nicht um der Gewalt willen, sondern das ist wirklich, so war die wahrscheinliche Realität und wahrscheinlich noch schlimmer, denn es gibt nichts Schlimmeres als den Menschen, wenn er meint, er hat irgendeine Form Macht. Das Schlimme daran ist ja, wenn Menschen wie Dinge gesehen werden, dann glaubst du halt, du kannst dir auch alles erlauben. Und das wird dir hier halt schonungslos gezeigt tatsächlich. Okay, ich will ganz ehrlich sein, ich glaube, ich werde mal reingucken. Ich mag es, wenn mich Filme und Serien ein bisschen herausfordern und mich auch ein bisschen emotional zerstören, so blöd es jetzt klingt. Aber ich kann verstehen, dass du jetzt gesagt hast, nach fünf Folgen, ich kann nicht mehr, klingt jetzt ein bisschen prätentiös, aber das ist dir jetzt, das ist dir reicht. Glaubst du denn, dass du irgendwann mal vielleicht zur Folge sechs gehen wirst oder sagst du jetzt einmal nach fünf Folgen, nee, es reicht mir wirklich Schluss, nie wieder Underground Railroad, außer das Buch? Nee, ich glaube sogar, dass das Buch dabei helfen wird, dass ich den Rest gucken will, weil das ist wie so ein Vorbereiten auf das, was kommt. Ja, also es ist in irgendeinem Film, da ging es um das Gefangensein in einem Time Loop, ich weiß gar nicht, welcher Film das war. Auf jeden Fall sagte da einer der Protagonisten halt eben das Gute daran, dass du weißt, was passiert ist ja, du kannst das Beste daraus machen. Und das kennen wir ja aus diesen Fun-Elementen beim täglich grüßt das Murmeltier oder Palm Springs oder sowas. Und im Grunde ist das ja nichts anderes. Das ist ja, wenn ich weiß, was kommt, dann trifft es mich vielleicht nicht so hart. Und ich glaube, ich möchte, glaube ich, schon sehen, wie das zu Ende gebracht wird. Ich gebe mir einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Und weil wir halt über die Serie, die jetzt eben erscheint oder erschienen ist, jetzt reden wollen, wollte ich mich nicht unter diesen Druck setzen, dass ich das jetzt beenden muss. Ich habe für mich jetzt gesagt, ich brauche die Pause, ich gucke ein paar andere Sachen und ich werde bestimmt zurückkommen. Und deswegen, es würde mich auch wahnsinnig interessieren, was du zu der Serie sagst. Und vielleicht machen wir einfach nochmal einen Cast, in dem wir über den Recap der gesamten Serie reden. Das mag sein. Also ich würde auf jeden Fall heute oder morgen mal die erste Folge starten und dann kann man ja mal gucken. Also ich verspreche hier nicht, aber es könnte interessant werden. Und ich glaube, also so habe ich es jetzt aufgefasst, dass dein Abbruch nach fünf Folgen nicht bedeutet, dass die Serie schlecht ist. Also das klingt ja wirklich sehr gut. Aber ich finde, du hast sehr deutlich gemacht, worauf man sich einstellen muss, wenn man Underground Railroad bei Amazon Prime guckt. Und würde dich jetzt einmal fragen wollen, so zum Ende des Podcasts, willst du noch ein Fazit ziehen oder sagst du, eigentlich ist alles schon gesagt und wir können wirklich zum Goodbye kommen? Ich mache alles in allen. Also ich finde es gut, dass du von dir aus sagst, ich glaube, ich will da reingucken, weil wenn meine Aussage das triggert, dann bringt das schon was. Weil das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon eine Serie, die hat ihren Platz, die hat sie auf jeden Fall verdient. Es gibt sicherlich Zuschauer, Zuhörer, die sagen, nee, noch ein Sklavendrama, ich bin durch damit. Fein, dann nicht machen. Was man wissen muss, ist tatsächlich, die erste Folge ist so ein bisschen Make or Break. Das Ding ist ab 18. Das hat auch seinen Grund. Und das setzt den Ton für alles das, was dann kommt. Wenn man sich darauf einlassen kann, dann ist das fein. Ich habe es ja auch gemacht. Ich sehe, dass das sehr, sehr gut gemacht wurde. Diese Kritiken, die ich mittlerweile gelesen habe, die da so den historischen Kontext infrage stellen, ob das ist alles nicht ganz korrekt oder sowas. Für mich ist das hier, geht es weniger um den tatsächlichen historischen Kontext, sondern mehr um die Idee, die kurz ein White Hat da hatte. Das Netzwerk und ein paar Leute vorzustellen, die in diesem Netzwerk drin sind. Seien es jetzt Helfer und seien es halt eben auch Leute auf der Flucht und seien es halt eben auch den Sklavenjäger. Dass man auch mal aus seinen Blickwinkeln sieht, was er da macht und wie er das rechtfertigt. Das ist halt eine Art von Grausamkeit, der man sich, da muss man sich halt selber fragen, ob man sich dem hingeben will. Und ich kann verstehen, dass das Ding für viele, das ein Zehn von Zehn ist. Gut, dann würde ich sagen, ist hiermit erstmal alles gesagt zu The Underground Railroad. Mo, ich danke dir sehr für deine Expertise, nenne ich es mal. Bin gespannt, ob wir uns nochmal zusammensetzen, um die ganze Serie dann zu besprechen. Und verbleibe mit einem Gruß an unsere Hörerschaft. Möchte noch kurz anmerken, ihr könnt dem Telestammtisch folgen bei Spotify. Das würde uns sehr freuen. Was uns auch freuen würde, ist, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts da lasst. Warum? Weil wir es verdient haben. Ich sage auf Wiedersehen und Mo, dir gebührt das letzte Wort. Ich sage da auch nicht viel mehr als vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, haut rein. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Telestammtisch. Heute bei mir ist der Torben. Hola. Und ich bin Theresia. So, wir besprechen heute eine Dokumentation, die nennt sich Unser Europa, Begegnung in fünf Ländern. Der Film ist von Robert Krieg aus dem Jahr 2017, geht ungefähr 90 Minuten. Und Robert Krieg ist auch bekannt für andere Dokumentarfilme, unter anderem Kinder der Steine, Kinder der Mauer und New Zero, Neue Zeit. Du hast dir den Film angesehen. Worum geht's denn genau? Kurz gesagt über eigentlich fünf Nationen, die aber jeweils aus unterschiedlichen Perspektiven wiedergespiegelt werden, die uns jederfalls Einsicht gewähren in ihr Europa oder das Europa, in dem sie leben. Das sind nicht unbedingt immer Länder, die in der EU sind, aber jeder hat natürlich seine eigene Geschichte hier und liefert uns einen eigenen Hintergrund. Ich fand den Namen ein bisschen ironisch. Robert Krieg aus Kriegen heraus, bla bla bla, ein geeinigtes Europa, weil das ist so ein bisschen Kern der Aussage. Viele thematisieren hier, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg keinen großen bewaffneten Konflikt mehr gab und dass es ohne diese furchtbare Zeit nicht zu einer europäischen Gemeinschaft wahrscheinlich hätte kommen können. Und dann hast du wiederum Ansichten aus dem Balkan, die dir eben auch von Krieg erzählen, aus dem Kosovo-Krieg. Also es gibt auch eine sehr spezielle Ansicht hier und da, aber dazu kommen wir in den Details. Ja, jeder erzählt so aus seiner Familie, was für einen Hintergrund er hat. Und man bekommt einen guten Einblick, wie vielschichtig das Thema ist und wie komplex das Thema EU ist. Und dass es eigentlich dazu neigt, eine Never-Ending-Story zu werden, das Thema EU und Europa eben. Vielleicht einmal auch für die Zuhörer, welche Länder sind denn alles vertreten in dieser Dokumentation? Wer gehört denn zu den fünf Ländern? Das ist einerseits relativ spannend, weil wir auch Pärchen haben aus verschiedenen Ländern, die miteinander verheiratet sind. Aber fangen wir mal ganz oben an. Da haben wir unter anderem Italien, Rumänien, Estland, Spanien, Serbien, Deutschland-Luxemburg und auch Island. Weil eine Isländerin ist hier mit einem Deutschen verheiratet und ein anderer Deutscher fährt zum Beispiel regelmäßig durch Luxemburg durch, weil er ja zur Arbeit fährt und berichtet auch über den französischen Einschlag darüber. Wobei auch viele eben über ihre Herkunft und so weiter reden, dass auch einige Migranten dabei sind. Aus Kuba ist jemand dabei. Manche stammen auch von, ja, sind quasi geflohen. Politische Verfolgung ist ein Thema, ja. Ja, man hat im Grunde alle, sag ich mal, Himmelsrichtungen dabei mit Norden, Süden, Osten, Westen. Also es ist ja wirklich jede Sicht auf Europa so abgebildet. Ja, es ist wirklich ein spannendes Thema, kann man sagen. Also es fängt an mit Italien. Franco heißt da, der Hauptprotagonist, der Barbier aus Leidenschaft ist, Familientraditionen. Und er erzählt viel von den Einwanderungsgruppen Problemen, Anführungszeichen, aus Albanern, Polen, Rumänen, die das Land verändert haben. Vorwiegend im Positiven, weil Italien da immer sehr aufgeschlossen war. Auch Maria, die aus Rumänien kommt, unter dem Diktator Ceausescu aufgewachsen ist, was eine denkbar schlimme Zeit war. Und jetzt so diesen Wandel eben ganz anders miterlebt. Auch die serbische Sicht, die unter anderem von dem Regisseur miterzählt wird. Und die mit dem Kosovo-Krieg eben anfangen und sagen, das wäre so das Schlimmste, was sie erlebt haben, logischerweise. Und es dann sich auch ein bisschen, ja nicht ganz aufgehoben fühlen in diesem Europa. Sie versuchen sich dem Westen mehr zuzuwandern, fühlen sich aber da im Stich gelassen. Und sind leider dann auch oft, sag ich mal, europafeindlichen Mächten nicht so ganz, ja, dafür nicht geschützt. Sind eben auch eher, fühlen sich eher ausgeliefert. Gerade auch vom Westen, wie auch Amerika, die sie nach dem Krieg einfach zerbombt zurückgelassen haben. Ja, es ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema eben dann aus der Sicht von Serbien. Ich glaube, ich habe das auch im Trailer gesehen, wo der Mann dann eben auch gesagt hat, ich denke, das wird noch so an die zehn Jahre dauern, bis wir der EU beitreten. Ja, zumal... Es war für mich eher so als Kritik gesehen an seiner eigenen Regierung und nicht jetzt als Kritik an Europa. Zumindest den Satz. Naja, sie witzeln in einem Satz sogar, dass Serbien wahrscheinlich erst dann für den Beitritt bereit wäre und es dann wahrscheinlich keine EU mehr gibt. Also, dass die EU wahrscheinlich eher kaputt geht, als dass Serbien dafür mal bereit ist. Weil Serbien eigentlich, ja, unter einem, ja, viel Völkerstaat, falsch gesagt, aber dem ehemaligen Jugoslawien einer der Staaten eben ist, der darunter gelitten hat, dass es kein Jugoslawien mehr gibt. Und als dort eben Bosnien, Serben, Albaner und so weiter sich gegenseitig massakriert haben, war das eben das denkbar Grausamste. Wir haben wirklich auch, ja, positive Sichten oder auch, sag ich mal, gemischte Sichten. Es gibt dort Sulwijk, eine Isländerin, die mit einem Deutschen verheiratet ist und in Europa eine große Chance sieht. Aber Europa sollte sich auch an Nicht-EU-Ländern vielleicht mal orientieren oder generell mal an anderen Ländern. Sie betonen zum Beispiel die fortgeschrittene Emanzipation in Island, dass die Frauen dort einfach tougher seien und es hier in Europa so ein bisschen untergeht, die dann dem, ja, dass die hier sogar ein bisschen rückständig das ganze Thema behandeln oder eher sich zu sehr scheuen. Und da werden andere Länder eben ein bisschen aufgeschlossener. Auch diese planlose Politik mit Problemen umzugehen, und da betont sie auch die Flüchtlingspolitik die letzten Jahre, dass Europa so lange wunderbar funktioniert, wie es denn eben gut läuft, aber wenn sich dann Probleme und dunkle Wolken am Horizont eben ansammeln, wird es dann schwierig mit der Organisation. Da bemängelt sie eben die Flexibilität, die mangelnde. Ja, das ist mir gerade vorher auch schon aufgefallen, weil du ja gesagt hast, wo die italienischen Kollegen quasi, sag ich jetzt mal, gesprochen haben, die sehr aufgeschlossen eben auch den Flüchtlingen gegenüber waren. Und wenn man es eben so rückblickend vergleicht, was bei uns für Theater, sag ich mal, gewesen ist, ist es wirklich auch sehr unterschiedlich, wie das Thema gehandelt wird. Ja, ist es auch. Es gibt dann, die isländische Sicht fand ich da sehr interessant. Da gibt es die Schmuckherstellerin Julia, also die auch Unikate macht. Und sie vergleicht zum Beispiel die Einwanderung nach Plan, der Russen nach Estland, damals noch unter der ehemaligen Sowjetunion, wo man mit Russen eben diese baltischen Länder versucht hat zu unterwandern. Also die hätte sie schon gleichstellen können, ungefähr mit den Problemen, das sagt sie auch wörtlich mit den Türken hier in Deutschland, nur dass die Integration eine ganz andere ist. Die Russen dort sind sich im Bewussten, dass sie Russen sind, gehen aber in der Identität als Estländer auch vollends auf. Das liegt daran, dass beide Nationen eben willig sind, daran zu arbeiten. Und zwar gibt es in Sachen Russland noch einiges an Verbesserungen, aber es bewegt sich so hin. Aber Entwicklung braucht sehr, sehr, sehr viel Zeit. Gerade in einem Land, wo eine Diktatur nicht so lange her ist, sag ich mal, wie bei der im Russland und der damaligen Sowjetunion und den, nennen wir es mal Marionettenstaaten, den umliegenden von Sowjetrussland. Und da sieht sie eben Probleme, wenn es um Mentalität geht. Die Russen und die baltischen Nationen hatten mehr oder weniger auch eine gleiche Identität, eine gleiche Mentalität. Und das bemängelt sie bei einer unkontrollierten Einwanderung eben auch, dass das ein Problem eben ist. Ja, jeder hat quasi seine Vorgeschichte oder seine Vorbelastungen und ist natürlich sehr viel immer mit Tradition verbunden, was dann auch wieder auf Unverständnis in den anderen Ländern trifft. Also es ist schwierig, sich dem Thema anzunähern. Das ist es. Es ist ein kontroverses Thema. Man muss hier auch ganz klar sagen, diese Menschen, die hier sprechen, berichten das alles aus ihrer Sicht. Das sind keine Journalisten oder Politiker und auch keine Beamten. Das sind einfach normale Menschen. Und das, was ich hier wiedergebe, ist so gut es eben meine Notizen erlaubten, wirklich der Wortlaut. Und es ist spannend zu sehen, wie diese Menschen das erzählen, auch politisch sehr unvoreingenommen, ohne das jetzt jemanden in den falschen Hals zu legen. Aber das sind einfach auch ihre Erlebnisse und ihre Geschichten. Und man bekommt hier ein vielschichtiges Bild auf die verschiedenen Kulturen, die dieser Kontinent uns eben zu bieten hat. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen auf die Personen einzugehen. Also es sind ja eben, würde ich mal sagen, fünf Paare, fünf Familien aus fünf Ländern. Aber in welchem Radius bewegen wir? Also sind das eher Jüngere? Sind das eher Ältere? Oder wie sieht so ihr Leben aus? Sind das normale Arbeiter? Oder handwerkliche Berufe? Oder sind das eher Höhergestellte? Was haben wir da für ein Spektrum? Wir haben ein sehr buntes Spektrum eigentlich. Das sind zwar vornehmlich eher Jüngere. Senioren haben wir fast gar keine. Aber im Beruflichen haben wir dort vom, ja wie gesagt, italienischen Leidenschafts-Barbier bis hin zur Schmuckherstellerin. Auch den Michael aus dem Moseltal, der betont zum Beispiel seine Naturverbundenheit, verkauft aber Versicherungen unter anderem in den Grenzgebieten, gerade Belle-Lux-Länder, Deutschland, Luxemburg und Frankreich eben, wo er auch das Schengener Abkommen sehr lobt. Und auch Solveig, die Isländerin, die von ihren Eltern ins Ausland geschickt wurde, um zu studieren und später, wie sie sagt, in Trier hängen geblieben ist und dort auch heimisch wurde. Also man hat von der enthusiastischen Studentin bis hin zum doch ganz gut verdienenden Leuten über Handwerk auch jede Sichtweise so ein bisschen beleuchtet. So alles so etwas, so etwas abgebildet. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie hat dir die, im Allgemeinen, wie hat dir dann die Doku gefallen? Würdest du sie empfehlen? Ich würde sie jedem empfehlen, der sich für die Materie Europa, EU interessiert und sich auch mal die Menschen anhören will. Man kann ja den Politikern viel zuhören und auch glauben oder auch nicht, was man auch mal in den Medien liest oder hört, je nachdem, aber das ist eine spannende Einsicht von Menschen, die eben wie du und ich auch hier leben oder zumindest in Europa leben und jeder doch eine ganz andere Geschichte und Herangehensweise hat. Und von kritisch bis positiv ist alles dabei. Es ist so ein schöner Rundumschlag, für den, glaube ich, jeder sich mal interessieren könnte. Also es wäre, glaube ich, ein Blick wert. Es ist ein sehr vielschichtiges und auch ein interessant kompliziertes Thema. Es ist bestimmt interessant, auch mal eben die Sichtweisen aus anderen Ländern eben zu hören oder wie die über manche Themen denken oder mit welchem Hintergrund die eben auf die aktuelle Situation sehen. Also nicht nur immer, sage ich jetzt mal, aus unserer deutschen Sicht das zu sehen. Ganz genau. Das ist exakt. Wenn die zum Beispiel auch mal wieder betonen, was in ihren Ländern nicht gut läuft, ist dann vergleichen mit den anderen Ländern und sich immer noch denken, ja, die wissen teilweise nicht, wie gut es ihnen geht. Das haben wir hier auch öfter, dieses Meckern auf hohem Niveau. Aber wir haben auch ganz andere Probleme. Und bei denen ist es, also bei denen, das klingt so abwertend, das ist aber absolut nicht so gemeint. Aber bei diesen Menschen, das ist halt, auf die Idee wären wir gar nicht gekommen, es so zu sehen, wenn die es uns nicht so erzählen würden, sagen wir es mal so. Ja, man verliert so, man hat immer nur so die eigenen Probleme im Blickwinkel, aber nicht die von anderen Personen oder eben von den Personen aus anderen Ländern. Mhm, ja. Hast du noch letzte Worte, bevor wir zur Beurteilung des Films kommen? Ja, schaut's euch an. Also ich glaube, näher wird man am Menschen nicht mehr drankommen. Es sei denn, man fliegt halt selbst zu den Ländern hin und befragt die Leute. Das wird man bei ersten Mal wahrscheinlich nicht mehr können. Aber sehenswert kann man auch, wenn man es mal auf Arte oder so sieht oder auf Hessen oder Bayern oder Ritter-Humfuck oder was weiß ich was, dann lasst es mal drin, weil es lohnt sich. Man braucht jetzt auch nicht ultra gebannte Vorsitzende, man kann es mal so nebenbei plätschern lassen und es soll euer Schaden nicht sein. Mal sehen, vielleicht läuft mir der Film irgendwann in der Mediathek mal über den Weg. Tja. Welche Bewertung wollen wir denn vergeben? Also ich würde ihm, er geht mit anderthalb Stunden recht knackig lang. Es ist halt für eine Doku auch ein bisschen, also normalerweise laufen Dokus hier immer so knapp 45 Minuten bis eine Stunde. Diese halt Spielfilmlänge, vielleicht ist er dem einen oder anderen ein bisschen zu lang oder zu trocken, man weiß es nicht, aber er bekommt von mir auf jeden Fall auf einen vier von fünf EU-Sternen. Die kann man ihm durchaus zugestehen, wenn man sich für Dokus interessiert. Ist ihn Blick wert? Nicht schlecht. Sehr gute Wertung, ja. Dann bin ich mal gespannt und schau, halt dir jedenfalls die Augen offen, dass ich den Film irgendwann die Doku auch mal sehen kann. Ja. Ja, dann vielen Dank, Torben, dass du uns diese interessante Doku vorgestellt hast und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder für eine Stammtischrunde zusammenfinden. Dem kann ich mich nur anschließen. Hat mich gefreut, Theresia. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Ja, dann auch, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir hören uns wieder. Macht's gut. In diesem Sinne, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Applaus Applaus